Wir sind jetzt kurz vor der Abflug nach der WM in Serbien. Wir brauchen eure Unterstützung, euer Mitfiebern vor dem Fernseher. So schaltet bitte ein auf Sport1 und fiebern Sie mit. Liebe Handballfreundinnen, liebe Handballfreunde, Heine Jensen hat mit seiner Truppe alles getan, um erfolgreich zu sein. Es ist wirklich eine wunderbare Mannschaft und ich weiß, sie wird wirklich alles geben. Und deshalb ist es wichtig, dass die Unterstützung von zu Hause mindestens so groß ist, wie der Einsatz will. Deshalb kann ich das noch unterstreichen. Unterstützt unsere Mannschaft, David, dass ihr die Fernsehsendungen einschaltet. Bei Sport1 kann man die Spiele live sehen. Und vor allem nennt und nützt die sozialen Netzwerke, um der Mannschaft auch die Unterstützung zuteilwerden zu lassen, die sie braucht, wenn sie erfolgreich ist. Dann kann ich schief gehen und wir werden viel Freude an der Mannschaft haben. Also herzlichen Dank dafür, dass ihr alles dafür tut, dass unsere Mannschaft viel Spaß hat und viele Menschen in Deutschland sich freuen an unserer Mannschaft.